Waren da bitte. Oh je jetzt habe ich was noch verpasst. Aber es ist jetzt die Schlüsselkarte für... Ah das war der von dem einen Typen. Warte speicher mal. Der da verbrannt worden ist. Ich dachte das gibt nichts weil ich ihn ja nicht umgebracht habe. Hey. Wohin muss ich denn jetzt? Achso das war nur für dich. Oh Gott. Was ist hier? Oh. Viermal Schießpulver. Oh da ist irgendwas drin Alter. Hört sich echt eklig an. Vor allem kriegen wir so viel Erste Hilfe Spray. Ja wir können das Ei nehmen. Ja wir können das nicht. Ja wir können das nicht. auch dieses zeug war noch mal die wanders eben sich türen wollte jetzt erst mal bevor wir da durchgehen das ganze türen was ist denn das eigentlich auch okay oh gott ist wie ein rätsel habe ich das macht die ganze geräusche habe ich nervös was für experimente veranstalten die hier ist nicht gesund aus zwar nur der 1 was kommt da blick noch einfach noch das hat sich wieder geheilt was macht es was ist das was ist das was ist das was ist das das heißt ich immer wieder ich habe eine ganze munition davon verkordet wir haben da hinten so einen raum aber wird eh so ja nix für mich aber ne es hat zwei ah ne ich muss den strom einschalten ja danke für die info weißt du was er kann nämlich eigentlich töten komm töte mich töte mich wenn ich sie hätte das nicht mal wieder dann gibt es ja ich habe eine afgabe das tod ist tot alter was zum teufel aber kann das aber hier kann auch sein leben auch komplett erhöhen jonge ganze patronen sind weg einfach alles habe ich hier etwas verpasst habe ich hier etwas verpasst aber wo muss ich jetzt den strom anmachen oder geht das hier noch nicht dann müsste ich weiter den strom hier anmachen ja nur das beste vom besten man hätte es ja auch umgehen können ne schon mal neuen speicherstand was ist das was ist das hier was ist das hier ich habe doch richtig gesehen wo ist das hier wo ist das bist du der vor ist das das wie ist das dass du das ist das das ist das dass wir das das Ich hoffe sie kommen jetzt nicht noch mehr. Bin ich richtig? Hier waren wir doch eben, ja stimmt. Also, ich sehe gerade hier in dem Raum. Beste Raum hier. Sehe ich das hier. Du kannst entweder nur von da das Licht anmachen oder von da das Licht anmachen. Jetzt habe ich hier das Licht angemacht. Jetzt wirst du eigentlich hier reingehen. Oh ne. Ist ja erst gefroren. Ach ne, ist nicht das gleiche Spielchen wie eben. Ne. Ach, die alle müssen, äh, die alle müssen aktiviert sein. Ja, wie viel sind denn das? Ich habe die vier müssen. Mann, ist es noch das eine da. Ja. 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 Weiß nicht. Oh ne Waffe. Ha. Scheiße alter. Passt nicht, ne. Ähm. Was nicht passt, müssen wir passend machen. Ja. 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 Wir lassen es können, bisschen in ninguém zugelassen. Ja so gehen die Kugeln auch weg. 6 Uhr auch mal nachladen. Der entspannt da aus. P ist es. So. Du musst ja immer wieder das Ding erweitern ne. Oh ja Pay-Money. Der drückt mir jetzt noch ein Ding aus. Darauf aus. Ist schon wieder so einer. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist nicht gleich. Schlüsselkarte überschrieben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich hab immer ne ganze Munition. Oh ja. 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 Ooh ja. Oh ja. Da kannst du vergessen. Die umzubringen alsoo. Das ist schon Lebensmüde. So, Schüssegarte haben wir. Nein, da fiesst dich doch im Fall. Glück, er kommt schlecht für dir. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, direkt rechts. Ich geh direkt aber auch erstmal hier raus. Oh, die sind so lästig. Warum nicht sterben? Ich sterbe einfach nicht. Das ist gelbes Kraut, ne? Mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. So, die O, weiter. Aber die kriegst du auch 4, 3 Euro. Oh, die Tickets hab ich gesehen. Eine Cote hat so gut wie neu. Na dann, was kann ich willkommen jederzeit wieder? Speicher mal. Wir können auch eh so mal eine Waffe wegtun. Weil eine Waffe stört. Und zwar, die hier. Ich hab jetzt die neu. Ja, die neue behalte ich mal. Aber ich guck mal, was ich damit machen kann. Die hier, ne? Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Das ist echt teuer, ne? Hier, wie du es haben wolltest. Angenehme Reise. Das ist wie ein Geist, ne? So. Shuffle. Ich glaub, es kommt noch einer. Aber es kommt noch mehrere. Erstmal Leute, die sterben können. Oh, oh, oh. Wohin? Kann doch mal gar nicht ein bisschen zu schnell. Ja, die Geister, ne? Die kannst du, also. Die kann man nicht besiegen. Was irgendwie schade ist. Klar, ich hab einen besiegt. Damit bleibst du auch. Ich hab mich nochmal alles verschwenden. In so ein Ding rein. Ich hab auch meine Bombe verbraucht. Alles. Gelbes Kraut. Können wir halt wieder einsetzen. Da können wir wieder... ...nen netten Boost, ne? Ah, ne. Lohnt sich ja echt noch gar nicht. Schiss-Pulver. Das ist nix. Warte mal. äh lass die mal hier hin tun die stinkway hey hey besser mich die behalten 3 ist es hier oh Gott oh ne seh ich schon war das gut dass ich hier am Freitag ich glaube nicht das war nicht so gut aber der wär eh so rausgekommen Alter Schwede was mach ich denn jetzt du kannst ja im Prinzip nur ausweichen ach du schießt wohl übrigens etwas ich habe das Gefühl der regeneriert sich ja ne das war vielleicht mit mehr anschüssen den sofort besiegen kann blendgranaten einsetzen das ist mehr das ist mehr die Mann, die Robben sich da immer beschissen. Die Robben sich immer beschissen. Scheiße. Scheiße. Kein Bock. Es ist noch mehr. Bitte nicht. Warum ist alles im Glas? Die kommt doch alle gleich raus. Schön, weil hier die Tür war. Äh. Ja, benutzen. Wir können auch hier Dings herstellen. Ja, kein Bock. Biosonische Zwiefernerrohr. Wir werden auf die Zwiefer montiert werden. Mal gucken. So. Äh. So. Das sieht schon stark aus. Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Hä? Was für einen Schraubenschlüssel? Ich habe keinen. Was soll ich denn herholen? Was habe ich nicht, dass einer von denen denn hat? Ey. Das wird richtig nervig. Ich brauche diesen Schraubenschlüssel. Ja. Ich würde sagen, ich erledige mal kurz die anderen zwei. Also die einen nach den anderen. Bevor die beide ausbrechen. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ich habe den richtigen scheinbar erwischt. Der hat nämlich den Schraubenschlüssel in sich. Oh, den hier. Da kommt die Robbe. Die Robbe geht noch weiter. So. So. Eber mal. Schraubenschlüssel. Huh. Na, da habe ich echt den Fall schon erwischt, ne? Ich hoffe, die berechnen an. Die anderen berechnen nicht hier aus. Achso, warte. Erstmal hier. Den hier. Kann mich aber nicht mit den Händen machen. Na, okay. Das sind aber normale. Junge. Willst du mich verarschen? Mist. Mist. Ich habe ja noch deinen eigenen Kollegen gesetzt. Oh Gott. Ich habe ja noch deinen eigenen Kollegen gesetzt. Okay. Nichts. Oh Gott. Wenn es das ist. Frau. Das ist okay. Ich habe dich. Okay. Ich habe dich. Und das bist. Oh Gott. Ich habe dich. Ich habe dich. ja scheinbar kommen die doch nicht raus das schmiel zu sehen ich habe hier keine munition da kann man das irgendwie ein bisschen besser herstellen da tue ich mir halt was gut ist der chapter gefällt mir auch gar nicht nämlich wo ich bin ich aber für diese arbeit ist das eben voraussetzung verkaufen ich kaufe fast haben jetzt haben wir keinen quadratischen das ist doch nervig so wir holen sie ab die biomischen dinger kommen wieder warte mal warte mal bevor wir dahin gehen ich gehe noch in dem einen raum noch erkunden ich glaube die marge offline und offline wo das halt dieses biomische ding da drin ist aber willst du machen bis gleich